Ich habe im Jahr 2007 eine 1100 seitenstarke Studium fast geschrieben, in der ich bis zum Unbekannte im Familienbesitz befindliche Dokumente verwertet habe. Und insofern reichen meine Beschäftigten mit Hindenburg lange zurück und hat in einem voluminösen Werk ihre Niederschaft gefunden. Nun will ich Ihnen natürlich nicht aus diesem Werk Passagen an den Kopf werfen, sondern ich will versuchen, zunächst einmal die Bedeutsamkeit Hindenburgs zu eruieren. Warum ist Hindenburg eine, Sie haben es mit Recht erwähnt, Zentralfigur der deutschen Geschichte, dessen politischer Lebensweg die Jahre von 1914 bis 1934 umfasst. Hindenburg selbst 1847 geboren, in Bosen, stirbt am 2. August 1934 im westpreußischen Neudeck, ist also im Oktober geboren, fast 87 Jahre alt geworden. Und die letzten 20 Jahre seines Lebens, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, die letzten 20 Jahre, ist ein Spätgruppen, ein Spätstarter, sind die bedeutsamen, vielleicht die Phase der deutschen Geschichte von 1914 bis 1934 die bewegteste gewesen ist, denn wir haben in diesen 20 Jahren drei politische Regime in Deutschland erlebt. Hindenburgs Staat ist eine politische Karriere, noch im deutschen Kaiserreich, während des Ersten Weltkrieges. Er setzt sie dann vor Ort unter den Bedingungen der Weimarer Republik und er ringt das schön höchste Staat an dieser Republik, er hat Reichspräsident, und ich schiebe voraus, der Reichspräsident der Weimarer Republik ist nicht ein Repräsentant, wie der heutige Bundespräsident, sondern der Reichspräsident verfügt über die stärkste, institutionell garantierte Staatsmacht. Die Weimarer Republik ist keine parlamentarische Demokratie wie die heutige Bundesrepublik, sondern viel stärker eine präsidial verfasste Demokratie, die der Französische Republik sehr verhentlich ist. Denn der Reichspräsident, der ab 1925 vom Volke gewählt wird, also eine eigene demokratische Legitimation besitzt und Hindenburg hat zweimal diese Wahl gewonnen, 1925 und der Reichspräsident darf sieben Jahre amtieren, 1932. Dieser Reichspräsident ist nicht nur demokratisch legitimiert, sondern er nennt den Reichskanzler, ohne an ein Vorschlagsrecht des Reichsstaats gebunden zu sein. Die Reichsregierung in der Weimarer Republik wird nicht vom Parlament gewählt, und auch nicht nochmal bestätigt. Sie wird vom Reichspräsidenten ernannt, und er ist nicht an einem materielles Vorschlagsrecht des Reichsstaats gebunden. Zudem ist er oberbefehlshaber der Streitkraft. Also das sind Funktionen, wie sie heute der Président der Republik Française ebenfalls in seinen Händen hält. Und das dritte politische System, das er nicht ganz unmaßgeblich in die Wege geleitet hat, als er am 30. Januar 1933 in seiner Eigenschaft als Präsident der Weimarer Republik auf eine formal völlig legale und verfassungsmäßige Weise den Führer der stärksten politischen Kraft in Deutschland, den Führer der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt, der dann innerhalb weniger Monate eine Diktatur errichtet, ohne dass Hindenburg dagegen interveniert, dass Hindenburg drei politischen Systemen gedient hat, den deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik und den nationalsozialistischen Deutschland. Das macht die Figur besonders interessant, ist der einzige Politiker der neueren, jüngeren, deutschen Geschichte des deutschen Nationalstaates, der in drei politischen Systemen maßgebliche Herrschaftsverfugnisse ausübt hat. Es gibt keinen anderen. Zudem ist er wahrscheinlich der einzige Politiker, der nach einem verlorenen Weltkrieg keinen Karriere-Knick erlitten hat, sondern der trotz einer von ihm militärisch nicht zuletzt zu verantwortenden Hinterlage im Ersten Weltkriege danach in der Weimarer Republik das höchste Staatsamt erobern konnte. Und er ist, damit will ich beginnen mit dem Militär hinten hoch, der einzige, der erste Politiker der jüngeren deutschen Geschichte seit 1871, der sozusagen von seiner militär-atomischen Herkunft der hohen politischen Ämter inhalt ist. Das war 1890 bis 94, eingeladen, weil es ist ein General gegeben, der der Reichskanzler gewesen ist, Nachfolger wissen wir als General von Caprivi. Aber wenn wir dieses Intermezzo einmal überspringen, ist Himmung der erste, nicht der einzige, aber der erste Militär, der sozusagen von seinem militärischen Herkommen her in die Politik überwechselt. Das eine oder andere, was ich Ihnen präsentieren werde, wird vielleicht im einen oder anderen neu vorkommen, vielleicht auch irritieren. Ich bin kein Bilderstörer, kein Nutzer, alles was ich hier sage, kann ich natürlich belegen, und zwar x-mal. Das mag auch deswegen verstörend wirken, möglicherweise, weil hier ein Bild gelegentlich dekonstruiert wird, das Hindenburg selbst beschaffen hat. Hindenburg war ein Meister der Geschichtspolitik. Es gibt keinen Politiker der deutschen Geschichte, der es beschafft hat, zu seinen Lebzeiten, zu seinen Denkmal zu werden, der es beschafft hat, sich geschichtspolitisch zu panzern. Und auch die Geschichtspolitik selbst, es werden diesen Selbstäußerung Hindenburgs erleben, was auch daran liegt, dass die Forschung, die Weihung und Publikum auch lange meinte, dass der Präsident gar nicht wichtig sei. Die zentrale Rolle dieses Amtes verkannt, und erst in den letzten zehn, zwölf Jahren hat man die prosidiale Komponente der Weimarer auch wirklich wiederentdeckt. Wir beginnen also vielleicht mit einer gewissen Dekonstruktion, nicht um der Lust an Dekonstruktionen willen, sondern um einen archimedischen Bund hier zu kreieren, von dem aus man das politische und militärische Wirken Hindenburgs besser erfassen kann. Auf dem ersten Bild scheint es sein Hindenburg ein klassischer Konservativer gewesen. Das Urbild des preußischen Konservatismus, er ist aderlich, er ist in Bosen geboren, in Neudeck gestorben, also sogar Osten Preußens, hat er den Anfang und das Ende seines Lebens verbracht. Er scheint ein treuer Diener des Monarchen gewesen zu sein, und sein Wahlspruch lautet, die Treu ist das Mark der Ehe. Also jemand, der die altpreußische und hochkonservativen Enttunen, der Bescheidenheit, der Treue, des Dienstes am Staatswesen herzelt. Das ist die Selbstzuschreibung und die ist sehr geschichtsmächtig gewesen. Wenn man sich den Gegenstand, wie sie für das Notgazin, unbefangen nähert, also sine era studio, dann stellt man relativ schnell fest, dass diejenigen, die mit Hindenburg politisch stecken, zusammengearbeitet haben, einen ganz anderen Hindenburg beschreiben. Ein ganz anderer Hindenburg, ein Hindenburg, der in einem fast sehr modernen Sinne Politik betreibt, in dem Sinne, dass er politische Lebensabschnittsgefährten sich versammelt, von denen er sich ohne Sentimentalitäten, ohne Treue trennt, wenn sie überflüssig oder unnütz geworden sind. Ein Beispiel, eine zeitgenössische Quelle, die ich gerade noch vor wenigen Tagen in meinen Unterlagen, in meinem Privatarchiv befunden habe, als ich mich für diesen Vortrag vorbereitete, eine der wichtigsten Gewehrsleute, und das sind keine Personen, die in Hindenburg feindsinnig gegenübergestanden wäre. Die wichtigste Person, ein Zeugungsrecht, man ist Heinrich Brüning, ein grüniges Reichsland, so vom März 1930 bis zu 1932 gewesen. Brüning war mir wirklich ein konservativer Katholik aus dem Münsterland, dazu ein eingefleischter Anhänger Preußens, Borussophil bis ins Mark, Freundsoldat im Ersten Weltkrieg, im Herzen sogar Monarchist, jemand, der die preußischen Tugenden vorlebte, bescheiden, sparsam, dem Staatswohl dienend, absolut bedürfnislos. Und Brüning, der am 30. Mai 1932 von Hindenburg entlassen wird, und zwar in einer Art und Weise, die man nur als Stieglos bezeichnet, kann ich Ihnen das mal vorführen, wie. Brüning hat zwei Jahre lang Hindenburg, gerade in der Ossenpolitik, was die Operationswahl anbelangt, den Rücken freigehalten, er hat die Pfeile auf sich gezogen, die unpopuläre Sparpolitik, er war sozusagen der Bad Guy in der Öffentlichkeit. Der Sinnburg ist lästig, weil er den Rücken nach rechts nicht mitmachen will. Er will keine Regierung, in der die Nationalsozialisten eine starke Position innehaben. Deswegen muss er gehen und man muss sich von ihm verabschieden. Aber wie macht man das, wenn man jemanden demütigen will? Man legt den Termin an dem Tag, Ende Mai, an dem der Jahrestag der Skangerabschlag stattfindet. Das ist der 30. Mai. Und um 12 Uhr muss der Reichspräsident, das ist das Hindenburg, das Oberbefehlshaber, zuschauen, wie die Wache aufmarschiert. Also wird der Termin der Verabschiedung Brünings auf 11.50 Uhr gelegt, womit also sehr viel Zeit bleibt, weil das Protokoll es gebietet, diesen Reichskanzlergebühren zu verabschieden. Brüning war nicht tagsüchtig, das ist keiner der Nachbar gewesen wäre, aber er schreibt, am 7. Juni, also wenige Tage danach, und das ist ein sehr hoher getreffendes Selbstzeugnis, mit dem ich gewissermaßen starten werde, Teil Brüning ein und vertraut mit, das ist der Generaldirektor des Ullstein-Verlags, also eines der wichtigsten Pressehäuser Berlins. Berlin hatte damals noch einen Qualitätsfassismus besetzt, in der Forsterischen Zeitung, den Berliner Tageblatt, das Ullstein-Verlag, also eines der führenden Pressehäuser Europas, der Generaldirektor ist jemand, der auch in der Regierung prügendetig war, Hans Schäffer, ein deutscher jüdischen Glaubens, der nach Schweden gegangen ist und sein Leben gerettet hat, und er sagt, Brüning, also Hindenburg will nach rechts, ich sagte ihm, ich könnte das nicht mitmachen, denn die Sozialdemokraten, die ihn eben erst gewählt hätten, das sind die, die dafür gesorgt haben, dass Hindenburg wenige Monate vorher wiedergewählt wurde, mit der Reichspräsidentenwahl, Hindenburg wurde gewählt, mit den Stimmen der Sozialdemokraten, des politischen Katholizismus und der Zentrumspartei und des Linkspiritualismus, würden sich alle bedroht fühlen, wenn ich jetzt unbekannte Wahl nach rechts schränke. Das wird auf sein geschichtliches Bild sehr trüben, aber er weiß ja nichts von Dankbarkeit. Er hat für das, was man den Menschen zunehmen kann, kein Gefühl. Das ist nicht das Wort eines Verbitterten von Hindenburg entlassenen, sondern das abgewogene Urteil von jemandem, der ganz dicht dabei war, und das ist eine sehr treffende Bezeichnung, dafür, dass Hindenburg sehr schnell ist, kommt die Frage auf, wie kommt jemand dazu, mit seinem solchen machtbewussten Politiker zu werben. Es ist Hindenburg nicht in die Wiege gelegt worden. Die ersten fast 67 Jahre seines Lebens verlaufen unspektakulär. Hindenburg wird Berufssoldat, mit jungen Jahren in die Kadettenanstalt militärisch sozialisiert. Er macht eine beachtliche militärische Karriere durch, bis von 1903 bis 1911 kommandierender General des Mitgliedstaaten Armeekors in Magdeburg, schreitet dann vorzeitig aus, und nicht als 64 Jahre, und wohin geht jemand, wohin würde ein alt-preußischer, konservativer General gehen, in den Umstand über den Platz angehen, dort, wo sozusagen der Geist von Sanssouzi besonders intensiv zu spüren ist. Nein, Hindenburg ist kein Preuße. Hindenburg ist immer jemand gewesen, und das ist der Kern seiner politischen Weltanschau für ihn, die deutsche Nation, die Reichsleinigung der Dreh- und Angelpunkt seines politischen Wirkens ist. Er ist herumgekommen wie jeder Soldat. Er war mal in Stettin, dort hat er seine Frau kennengelernt, aber auch in Oldenburg, nicht Oldenburg in Deutschland, aber in Oldenburg in Oldenburg. Er war in Koblenz, er war sogar zwei Jahre in Karlsruhe, in Berlin, dann in Magdeburg, und als junger Leute war er mal in Hannover, und er geht nach Hannover, also in ein heute preußisches Gebiet, das sich auch im Jahre 1911 nicht unbedingt zum Kern Preußens seht. Also jemand, der sich überall in Deutschland heimisch beist, dort verbringt er den Lebensabend und keiner hätte heute von Hindenburg Notiz genommen, würde von Hindenburg Notiz nehmen, wenn ich die erste Weltkriege gekommen wäre, wäre und plötzlich der Bedarf nach reaktivierten Generalen groß ist. Der pure Zufall fügt es, Konstellation, auf die ich möglicherweise noch eingehen kann, in der Diskussion, wenn Sie es wünschen, dass Hindenburg das große Los zieht, was er nicht weiß. Das große Los besteht darin, dass die einzige deutsche Armee, die im Osten stationiert war, dass dort ein Führungswechsel notwendig wurde und ein neuer Oberkommandierender für diese 8. Armee gesucht wurde, und das war Paul von Hindenburg. Nicht, weil er als besonders militärisch brillant galt, als strategischer Kopf, nein, den strategischen Kopf hatte man schon, das war Ludendorff. Ludendorff war aber das enfant terrible, das war jemand, der unkonventionell dachte, aber er war gangmäßig nicht so weit, dass er die Führung einer Armee vornehmen konnte. Und so dachte man, Hindenburg, Hindenburg, von dem, was ich ja, würde die Kreise Ludendorff nicht stören, und genauso kam es. Das Gespann fuhr nach Elbing, nach Westpreußen, und diesem Gespann gelang dann der bekannte Sieg in der August 1914 mit Tannenberg, eine sozusagen nach dem militärwissenschaftlichen Lehrbuch erfolgende Schlacht, eine Vernichtungsschlag nach dem Muster, der Schlacht von Canning, das ist zwar militärwissenschaftlich die Krone, wenn sie den Gegner umfassen und eine gesamte Armee auf die so weit ausschaut. Hindenburg hat an der militärischen Planung eigentlich keinen Anteil, er hat den Plan gebilligt, er hat dafür gesorgt, dass er nicht abgewandelt wurde, und nun wird plötzlich, und das ist sozusagen das Erweckungserlebnis aus dem bis dahin unbekannten General, der in der deutschen Öffentlichkeit nicht verbreitet, dessen Image, dessen Name nicht verbreitet, ist der Sieger von Tannenberg. Hindenburg ist der einzige General, der sozusagen als Person sich eine solche siegreiche Schlacht zurechnen lässt, in einer kritischen Phase des Krieges errungen wird, und nun beginnt der märchenhafte Aufstieg eines unbekannten Soldaten zum Symbol der deutschen Nation. Das ist der eigentliche Kern, der politische Magel im Kern Hindenburgs, im Grunde auch bis 1933. Hindenburg stärker liegt daran, dass er als charismatischer Führer, als Redner, wie sein Amtsnachfolger am Hand des Staatsbehauptes, Adolf Hitler imstande gewesen wäre, Zustimmung, plebiszitäre Akklamationen zu generieren. Das konnte er nicht, das wollte er nicht. Überhin noch stärker sein politisches Pfand, war seine symbolische Fähigkeit, in einer Situation des Weltkrieges, in der in allen Kriegführungen starten, das Bedürfnis nach innerer Einheit und nach einem Gesicht, das die innere Einheit der Nation repräsentiert, groß war, dieses Bedürfnis auf seine Person zu projizieren. Das war in Deutschland deswegen dieses Bedürfnis nicht befriedigt, weil der Kaiser, der eigentlich für diese Position geeignet gewesen wäre, also Wilhelm II. denkt man ungeeignet, war symbolisch ihre Präsentationsleistung zu erbringen. Wilhelm II. war zu unstet, zu sprunghaft, hatte sich durch eine Reihe von unbedachten, auch Redeäußerungen selbst ins politische Abseits bestellt. Und nun kommt dieser unbekannte General und bringt vieles mit, was ihn in dieser symbolisch politikierten Rolle schlüpfen lässt. Was bringt er mit? Zum einen ist er der Sieger von Tannenberg, und das führt dazu, dass Hintenburg ein Abonnement erhält auf Siegel. Überall, wo die Truppen im Osten siegen, und im Osten siegen sie, ist Hintenburg der Sieger, obwohl er nicht Warschau einnimmt, nicht nur wo Georg Jets einnimmt. Das sind wichtige Stationen im Jahr 1915. Aber in der Öffentlichkeit werden diese Erfolge alles am Hintenburg attestiert. Erst erfällt er, der Sieger, im Osten. Das ist das eine. Zum anderen bringt er von seiner Körperlichkeit sehr viel mit. Ein Mann, der zwar kein Riese war, er war aber 1,85 groß, aber das war schon für Damen gefällt, das ist überdurchschnittlich groß. Eine kraftige Gestalt, eine sonore Stimme und ein Gesicht, das wie ein Stein gemeißelt, Ehrwürdigkeit, Autorität, eine milde, federliche Blüte auszuschreiben schien. Das war medientaublich. Sein Gesicht, seine Physikologie strahlte Ehrerbietung aus, ihm gewährt wurde. Also er war, würde man heute sagen, Telegin. Er war jemand, dessen Konterfei medial sich rasant verbreitet. Und er war ein genialer, in diesem Sinne genialer, Instinktpolitiker, dass er die Medienlogik damals durchschaute. Und er war überaus präsent. Hindenburg hat sich von der militärischen Alltagsarbeit in den vier Jahren weitgehend dispensieren lassen, er hatte seinen tollen Arten zu tun, Hindenburg hat repräsentiert. Hindenburg hat, am Beispiel, im Hauptquartier des Ostfeldzuges, sehr viel Zeit damit verbracht, Abend, am Abend, nach dem Abendessen, die zu umströmenden Journalisten, Maler, also alle die Multiplikatoren zu empfangen. Und jeder fragte sich, dieser vielbeschäftigte Mann, der hat Zeit für uns. Was für ein Privileg? Der Allermeisten wussten ja nicht, dass Hindenburg immer so viel Zeit für die Multiplikatoren hatte, weil er wusste, dass die Pflege dieses Images wichtiger war, als die militärische Alltagsarbeit hier definieren kann. Jetzt lautet die wichtige Frage, wie kommt Hindenburg symbolisch unbeschadet aus einem verlorenen Krieg heraus? Denn Ende September 1918 leistet die militärische Führung in Deutschland eine Offenbarungsscheid. Es ist die militärische Führung, das bespann Hindenburg und Judenburg und Hindenburg ist der Rang und ist der Militär, der Chef des Generalschlags des Feldheeres, sie überfallen sozusagen die politische Führung, die aus allen Wolken und Verlettern, die deutschen Truppen noch fast ganz Belgien erobert haben und Weitertal im Nordrhein-Kreis, dass dieser Krieg verloren sei. Und in der Tat, er war verloren, nachdem die verbündeten das Osmanische Reich mit der alten Österreich-Umwahl schon kapituliert haben. Überfallartig müssen die Politiker, die jetzt parlamentarisch legitimierten Politiker diese militärische Mieterlage sozusagen verantworten, sie müssen den Waffenschlüsselstatt aushandeln. Und Hindenburg erweist sich hier, ich wiederhole meinen Grundmotiv, als ein überaus begabter Machtpolitiker, denn mit der Einleitung der Waffenschlüsselstandsverhandlungen erweist sich immer stärker die Person des Kaisers als hinterlässt. Großhoffnungen sind die USA, die USA, die einen eigenen Krieg führte gegen Deutschland, die nicht die britische und französische Politik unterstützt, sondern als assoziierte Macht diesen Krieg eintrat. Und die Amerikaner hatten mit Präsident Wilson am vierten Jahr 2018 mit den 14 Punkten einen Programm einer neuen, liberalen, internationalen Weltfriedensordnung vorgelegt, an das man angriffen konnte und wollte. Aber dazu gehört, dass sich Deutschland innenpolitisch reformierte und damit war die Person des Kaisers ein Hindernis für einen gerechten Verständigungsfrieden, so schien es. Der Kaiser geriet unter Druck, die Rehabilitation bricht aus, am 7.8. zunächst sind Paulschweig und in München, das sind die Wittelswacher, die zunächst als Erster vom Königsturm beschlossen waren, dann am 9.11. 18. in Berlin. Der Kaiser hat sich ins Hauptquartier geflüchtet, weil er meint, das einzige militärische Machtmücke, das immer verbleibt, ist die Armee. Und die steht der Trau hinter ihm, weil Hindenburg und Ludendorff eigentlich nicht anders würden, als ihm dem obersten Kriegsherr zu folgen. Nein, Ludendorff ist schon vorher entlassen worden und Hindenburg signalisiert dem Kaiser überdeutlich zum einen, das noch intakter Heer an der Front, das noch kriegsfähig ist, das noch kämpft, wird nicht als Bürgerkriegsarmee dem Kaiser den wankenden, stürzenden Thron zurückholen. Das ist etwas, womit sich der Kaiser Wilhelm II. sehr schön abfindet. Aber der zweite ist hier wichtiger. Die Frage kommt dann automatisch auf. Wilhelm II. seines Throns war lustig, was wird mit ihm? Kann er sozusagen als Wilhelm von Preußen, der nicht mehr oberster Kriegsherr ist, als Privatmann in soermaßen zurück nach Deutschland mit der Armee, die sich so ziehen muss, oder ist er nicht jemand, der die Einheit, die Integrität der Truppe spaltet? Und damit haben wir ein ganz wichtiges Grundmotiv Hindenburgs erfasst. Hindenburgs Grundmotiv ist die Vorstellung, dass die deutsche Nation innerlich geeignet sein müsse und alles, was diese Einheit spalten, gefährden, wenn er muss politisch entsorgt werden. Und in dieser Situation, im Jahre 1918, ist es der Kaiser, der Hindenburgs Vorstellung folgend, entsorgt werden muss. Hindenburg gibt ihm den Rat, dem Kaiser den Rat, in die neutralen Niederlande überzuwechseln und nichts hat im Ansehen der Rundzoller und Industrie einen so schweren und irreparablen Schlag versetzt wie diese Aktion, denn es erscheint wie eine Flucht. Der Kaiser erzieht sich seiner Verantwortung, er flieht in die Niederlande, der Nachfahre früßt des großen Kreis aus, für Rat hinten kurz. Ein kurzes Wort zum Schiedspolitiker. Die Monarchisten, diejenigen, die auch in Hindenburgs Zweiten weiter in den negativen Ausschusssagen haben, das natürlich relativ schnell herausbekommen und haben Hindenburg bohrende Nachfragen gestellt, was ist denn deine Rolle gewesen am Lauf der Niederlande 1918? Was macht ein gewicht der Geschichtspolitiker? Er ruft alle zusammen, er engagiert jemanden, der ein Protokoll schreibt und so kommt ein Protokoll heraus, eine offizieße geschichtspolitische Darstellung, wo ein Kollektiv, das große Hauptquartier in Toto, die Verantwortung über diesen Schritt übernimmt, und nur ein von vielen ist. Und so gelingt es ihm, diese wirklich heile Situation zu überspringen. Aber nun scheint es ja endgültig aus zu sein, hinten nur stellt sich der revolutionäre Regierung zur Verfügung, weil diese revolutionäre Regierung die Staatsmacht inne hat, er führt das her zurück, es ist keiner, der gegen revolutionäre Ideen propagieren würde. Und 1919 zieht er sich zurück, er geht wieder nach Hannover und scheint nun endgültig als Volksheld sein Leben in aller Bescheidenheit und Ruhe, indem Hannover geschenkten Haus verbringen zu dürfen. Nein, Hindenburg ist im Unruhe Zustand und das erkennt man daran, dass er Memoiren umschrieben hat. Nein, er hat es scheinlassen, er war ja ein moderner Politiker, ein moderner Politiker hat einen Ausleiter und Hindenburg hatte einen Ausleiter. Das ist der Präsident des Reichsarchives, mit dem er zusammengearbeitet hat, der war nämlich früher in der Obersten Heeresleitung. Und in vielen Sitzungen in Hannover schreibt er ein Skript, Hindenburg korrigiert das, von Hindenburg selbst stand nur die letzte Seite, nur die letzte Seite hat Hindenburg selbst geschrieben. Aber da steht ein Programm drin, Hindenburg hofft, dass die deutsche Nation wieder auferstehen wird, machtvoll wieder auferstehen wird, der deutsche Staat machtvoll sich wieder zur Geltung bringen wird und erhofft, dass die deutsche Jugend die politische Kraft ist, die diesen machtpolitischen Wiederauflieg Deutschland über abstehen wird. Und als er 1925 gefragt wird, man bittet ihn, jeder gewünschte Politiker sorgt dafür, dass man ihn anpflegt, er möge doch kandidieren. Genau das geschieht 1925 in einer bestimmten Konstellation. Diktiert die Bedingungen, geht ein Mössens-Risiko ein, aber ihm kommt zugute, dass sein symbolisches Ansehen unangetastet ist. Entscheidend ist 1925, dass es ihm gelingt, erheblichen Teil des politischen Katholizismus für sich zu bilden. Und das geschieht, weil die Bayerische Volkspartei, aber so wird der Vorlauf in der CSU, nicht für den Katholiken der Schwesterparteizentrum stimmt, das wäre so, als wenn sich die CSU für einen anderen, nicht von der CDU-gestellten Kanzlerkandidaten entscheiden würde, sondern für Paul von Hindenburg, also der Protestantin, der am Treuersund seiner Kirche war, wird von der Bayerischen Volkspartei, die den katholischen Bevölkerungsteil Bayern, vor allem der ländlichen Region repräsentiert, als Kandidat akzeptiert und das wird ins Ausschlag geben dafür, dass er mit knapp aber noch relativ komfortabler Mehrheit gewählt wird. Was will Hindenburg als Reichspräsidenten, was will jemand, dessen Stärke nicht die Lektüre und die Kenntnis aller Artikel der Verfassung gewesen ist, was will er überhaupt von diesem Amt aus erreichen? Der Grundheder ist, die Nation innerlich einigen, um sie nach außen zu kräftigen, damit Deutschland wie ein machtvoll auftrumpfender Machtstaat wird. Dazu Laufner kann er mit den Mitteln des Präsidialamtes zum einen integrativ wirken, aber zum anderen, und das ist der wichtige Punkt, schwingt mir seiner Vorstellung von innerer Einheit der Nation immer mit, dass es bestimmte Gruppen gibt, die diesem Projekt der inneren Einheit der Nation entgegenstehen und dass man diese Gruppen politisch ausschalten müsse, deren Einfluss begrenzen müsse. Und das sind für diejenigen Kräfte, die, wie er meint, nicht der Nation dienen, sondern internationalen Idealen Opfern. Das ist die Partei des Demokratischen Sozialismus, die Sozialdemokratie, die dieser Tendenzen besichtigt. Die Kommunisten, die in der Tat die deutschen Kommunisten der Verlängerung der Arm Bostos gewesen sind, aber auch der politische Katolizismus ist für ihn letztlich eine national unzuverlässige Kraft, weil sie Rom dient und nicht den deutschen Interessen. Und das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum er sich von Reichskanzerbrüden, die aus dieser politischen Welt gekommen 1932 hat. Und das erklärt auch, und damit sind wir im Punkt, als 1930 sich die Staatskrise in der Bayern-Republik zuspitzt, die Staatskrise spitzt sich zu, ein überaus komplexes Thema, ich könnte Ihnen das in allen verfassungspolitischen Details auflösen, aber das wäre wahrscheinlich zu komplex, ich kann das gerne auf Nachfrage tun, aber es ist möglicherweise zu spezialistisch. Lassen wir vielleicht nur zwei Punkte nennen. Der erste Punkt ist folgender. Die Reichstagswahlen vom 14. September 1930 führen dazu, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei unter Adolf Hitler plötzlich in eine Schlüsselposition der deutschen Politik gerät. Sie gerät dort hinein, weil sie bei Wahrheit Erfolg hat. Die deutschen Wähler in freien, gleich- und geheimen Wahlen, die deutschen Wählerinnen und Wähler, haben die NSDAP aus dem Stand heraus mit 18,3% zur zweistellsten politischen Kraft gemacht. Der Siegeszug dieser Partei geht weiter, 1931 bei Landtagswahlen und 1932, bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 erreicht der NSDAP 37,4% der abgegeben Stimmen. In den ländlich-protestantischen Regionen, nicht zuletzt in Schleswig und Holstein, ist die Partei überproportional stark vertreten, das weiß man. Die Wahlanalysen sind eindeutig. Das Schleswig-Holstein ist nicht die absolute Hochbruch. Der Wahlanteil über 50%. Die absolute Hochbruch, das nur, wenn Sie vielleicht ein bisschen politische Geografie in Deutschland betreiben, das ist West-Mittelfranken, das ist Neuschland an der Aisch, Rotenburg ob der Tauber, da liegt der Anteil bei 80%. Das sind geschlossen evangelische mittelbeuerliche Gebiete. Macht insgesamt 37,4%, die NSDAP ist stärker als die zweit und platzierte politische Kraft, also SPD und Zentrums Partei zusammen. Das führt zu einer überaus schwierigen verfassungspolitischen Lage. Für eine Demokratie ist es the worst case. Wenn der Appell an den Wähler dazu führt, dass in den Parlamenten die Todfeinde der liberalen Demokratie das sagen haben, denn die Kommunisten 14% bekommen, NSDAP und KPD haben seit 1932 absolut im Jahr Demontate, die sind sich spiele fein, aber in dem Hass auf die liberale Demokratie, in der Anwählung der Gewalt stehen sie sich in keinem Deut nach. Das ist eine nur schwierige Lage und nun kann man das Agieren hin. Natürlich muss man zu einem Guteil erklären aus dieser verfassungspolitischen Sackgasse. Wir haben eine Regelung der Institutionen. Reichstag und Reichsregierung stehen sich konträr gegenüber. Wem soll der Reichskanzler als Regierungschef einsetzen und auch Nationalsozialisten und Kommunisten den Reichstag dominieren. Das ist aber nur der eine Teil, der zählt. Der andere Teil ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig. Es ist nämlich die Frage, gibt es politische inhaltliche Übereinstellungen zwischen dem Projekt der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und dem Projekt Hindenburgs. Das Projekt Hindenburg ist die innere Eilateration. Da gibt es den Begriff der Volksgemeinschaft. Das ist ein Begriff, der im Ersten Weltkrieg geboren wird, den die Nationalsozialisten dann aber relativ erfolgreich für sich okkupieren. Was wir haben, sind die Besprechungen zwischen Hitler und Hindenburg. Von denen hat es fünf gegeben. Das ist im 30. Jahr 1933. Also Hindenburg hat gelügend gelegen hat, Hitler mehr als nur zu schnuppern. Und wenn Sie immer lesen, das sei für ihn nur der böhmische Befeilte gewesen, dafür gibt es keine einzige belastbare Quellebelegung. Böhm, ja, es gibt ein Brauner und Böhm, das hat Hindenburg 1866 erlebt, als er Krieg gegen Österreich führte. Aber wenn Sie etwa die erste Begegnung zwischen Hitler und Hindenburg nehmen am 10. Oktober, das hat ein Bereich des Protokolles aufgetaucht, findet sich nicht in den offiziellen Dokumenten, sondern an erliegender Stelle, dann werden Sie finden, dass Hitler in den Augen Hindenburgs jemand ist, der respektabel ist und der für Regierungsämter in Frage kommt, unter der Voraussetzung, das ist entscheidend, dass er zu den Bedingungen Hindenburgs sich auf ein Arrangement einlässt. Solange Hitler versucht, im Alleingang an Hindenburg vorbei an die Macht zu kommen, solange wird er von Hindenburg zum Teil auch brust abgewiesen. Das sind zwei Versuche, die Edelstaaten, zum Eingang der Selbstreispräsidenten. Ganz klar, wenn Hitler Reichspräsident geworden wäre, dann hätten wir schon 1932 eine nationalsozialistische Diktatur, die sogar viel schneller und viel radikaler durchgesetzt worden wäre. Hitler und Hindenburg kandidieren gegeneinander. Hitler erreicht die etwa 37%, die er dann bei den Wahlen ein paar Monate später bekommen wird. Das ist ein gewaltiger Erfolg für jemanden, der paar Jahre vorher noch ein Nobody war. Hindenburg gewinnt nur, und das ist der Punkt Brünings, weil Sozialdemokraten, Zentrumsleute und Liberale unter dem Motto, der Einzige, der Hitler schlagt, kann es Hindenburg. Das ist die Wahrheit bei Brüning. Brüning wusste, der Einzige, der Hitler schlagt, der Hitler schlagt, kann es Hindenburg. Wir müssen sozusagen eine Anti-Hitler-Allianz bilden. Aber Hindenburg hat nicht vor, sieben Jahre im Amt zu sein, dass sie da gewählt wurden. Hindenburg kandidiert nur, um seine Nachfolge in seinem Sinne regeln zu können. Hitler will selbst den Übergang bestimmen. Hindenburg will selbst den Übergang bestimmen und deswegen will er nicht, er will sich nicht beiseite einlassen. Hindenburg ist ein überaus machtbewusster, herrschaftbewusster, politischer, der lässt sich nicht beiseite schieben, der will die Hoheit über seine Entscheidungen behalten. und die Hoheit behält er erst körperlich altersbedingte Einschränkungen vorausgesetzt, überaus rustig für sein Alter. Noch 1931 jagt ein Rumpen in Niedrangs sein Gämsen als was 84-Jähriger und er ist bis zum Sommer 1934 im Vollbesitz seiner geistigen Krafte und er ist jemand, befehlen kann. Sie werden nicht General, wenn Sie nicht befehlen können. Ein Softie wird kein General, lässt sich in den Kernfragen der Politik und das ist die Besetzung der politischen Ämter nicht hineinbrechen. Lässt sich verraten, aber es ist nicht das Wachsen in den Händen von Beratern, das ist eine völlige Verkennung der Art und Weise wie ein General politische Herrschaft aussehen. Der zweite Versuch ist nach den gewonnenen Reichstagswahlen vom Juli 1932 der Tred Hitler relativ anmaßend aus Sicht Hindenburgs auch am 13. August 1932 verlangt selbstverständlich die Kanzlerschaft und sozusagen die politische Führung auch da lässt den Hindenburg ablitzen. Das heißt, Hitler ist für Hindenburg nur dann akzeptabel als Reichskanzler, wenn er wie es damals hieß, ein Kabinett der nationalen Konzentration führt. Also keine nationalsozialistische Alleinregierung, sondern alle aus Hindenburgs Sicht nationalen Kräfte, das sind die Kanteilungebunden Konservativen, das ist die Deutsche Nationalen Volkspartei, des Medienmoguls, Alfred Hugenberg, der so ein klassischer Politiker Hintergrund war, er konnte nicht reden, er konnte nicht aufreden, er fehlte alles, jede Frau von Karnes war, aber er hatte als gewicht der Macht und die finanziellen Ressourcen, um im Hintergrund die Fähne zu ziehen. Das ist Hindenburgs Idealvorstellung von Volksgemeinschaft in einer verfassungsmäßig überaus schwierigen und prekären Situation und man hat vielleicht lange nicht genügend realisiert, dass Hitler schon am 21. November 1932 das offizielle Angebot hatte, Regierungschef zu werden, denn am 21. November 1932 bekommt er offiziell den Auftrag der Regierungsbildung. Das heißt, er ist Kanzler für die Schule im November 1932, der Auftrag wird abgelehnt, weil ihm hinten noch eine bestimmte Bedienung nicht erfüllen wird. Aber Hitler sagt in dieser Begegnung, und wir haben das im Protokoll festgehalten, Herr Reichspräsident, ich bin der Einzige, der Ihnen ein Ermächtigungsgesetz verschaffen kann. Ermächtigungsgesetz heißt, und das ist der Charme dieser Lösung, der Reichstag selbst beschließt auf formal legale, verfassungsmäßige Weise mit der hervorgerlichen Zweidrittenehrheit, dass die legislativen Kompetenzen auf die Reichsregime übertragen werden. Damit schaltet sich der Reichstag selber auf. Damit haben wir, wenn Sie wollen, eine Diktatur, eine legal zustande betonene Diktatur der Exekutive. Es hat 1923 einige Perioden gegeben, wo man mit einem solchen Ermächtigungsgesetz für wenige Wochen regiert hat. Und ein solches Gesetz, und damit sind wir bei Hindenburg, hat den großen Charme, Diktatur, dass es den Reichspräsidenten nicht der Gefahr eines Verfassungsbruchs aussetzt. Hindenburg bricht nicht die Weimarer Verfassung, wenn er eine Situation schafft, die er solches Ermächtigungsgesetz ermöglicht. Und der zweite wesentliche Aspekt Hindenburg, er kann damit, und das ist für ihn mindestens genauso wichtig, dafür sorgen, dass sein politisches Denkmal zu seinen Lebzeiten nicht angekratzt wird, nicht brüttelt. Denn wenn er, und das wird ihm nahegelegt, und zwar nicht von irgendwelchen Akademikern, die gibt es auch gar nicht mit, das ist dabei, eine der Führung Staatsrechte, sondern der letzte Reißplatz auf Hitler, das ist der zweite General, der einmal Politiker geworden ist, das ist General Kurs von Schleicher, ein alter Weggefährter, ehemann und Vertrauter der Familie, Kurs von Schleicher, ist vielmal Politiker, der General ein überaus konspirativer, mit allem Wasser und waschener, politisch der Flexibler, sozialer General, der Arbeitsbeschaffung als das wichtigste politische Ziel seiner Amtszeit deklariert, und er schlägt vor, mit Eindruck zusammen, sogar mit dem Nehmen, dem Präsidenten, Ministerpräsidenten, Otto Braun, man müsse jetzt, damit Hitler nicht Reichskanzler wird, den Reichstag auflösen und die fällige Neuwahl des Reichstages für unbestimmte Zeit hinaus zu ändern. Das wäre ein Verfassungsbuch gewesen, aber die dahinterstehende Idee ist, man kann den Rechtsstaat, den Verfassungsstaat gegen Hitler nur retten, wenn man für eine Zwischenlösung, für eine befürstete Zeit den Buchstaben der Weimarer Verfassung Bericht, wenn man bestimmte Artikel der Weimarer Verfassung ignoriert, denn sozusagen ein Verfassungsriturismus würde Hitler, der immer noch in einer parlamentarischen Schlüsselrolle sich befindet, in die Hände spüren. Also es hat diese Lösung gegeben, die Reichsverfügung hat diese Lösung favorisiert und Hindenburg entscheidet sich am 30. Jahr 1933 gegen diese Lösung, weil diese Lösung für ihn als Reichspräsident bedeutet hätte, dass er vom Feldernübel in den Schützenkram hinabgeschrieben worden wäre, denn er wäre politisch schaffbar gemacht worden für eine solche Schleichung ist. Er hätte sein persönliches Prestige und die Autorität des Amtes in die Waagschale werfen müssen und das hätte bedeutet, dass er sich heftigsten angriffen, gerade den Nationalsozialisten, die ja schon Munition gegen ihn gesammelt haben. Natürlich wussten sie um die gleichen in Keller Hindenburgs. Sie hatten auch einen in ihren Reihen, der darauf ganz heiß war, Hindenburg den Neu-Gewerber 1918 einzuzahlen. Das ist der zweite Sohn des Kaisers, August Willehen. August Willehen war als Armann, seit 1932 Redner für die NSDAP, seit 1932 Neuer Landtags abgeordnet hat. Also sie hatten selbst bei den Hohenzollern und bei anderen ehemals fürstlichen Familien durchaus Personen die wussten, dass es mit der monarchischen Treue Hindenburgs nicht so weit er war. So ist also im 30. Jahr 1933 aus Hindenburgs Sicht der Versuch eine für ihn charmante Lösung zu installieren, die darin besteht, die Verfassung wird nicht gebrochen, der Anführer der stärksten Partei wird zum Reichskanzler Amt mit der Kondition, dass der Reichstag sofort aufgelöst wird, das geschieht zwei Tage später, dann findet Neuwahlen statt. Und die Neuwahlen soll der NSDAP einen großen Erfolg bringen, denn es soll ja eine verfassungsändernde zwei Drittel Mehrheit im Reichstag erreicht werden. Das bedeutet, dass die NSDAP zum ersten Mal mit Hindenburg als Wahlkampf Schlag an die Reichstagssache vom 5. März 1933 gehen kann. Der Reichspräsident sein Prestige und sein Amt gleichermaßen Hitler zu verfügen. Das Ergebnis ist, dass die NSDAP am 5. März 1933 meistens bei diesen letzten reibungsfreien Wahlen waren insofern frei, dass man einen Stimmzettel abgeben konnte, dass man nicht manipuliert wurde, dass man in der Wahlkabine wirklich frei seine Stimme abgeben konnte. 43,9% der Deutschen haben sich entschieden für den NSDAP. Die NSDAP hat besonders stark zugelegt in Wahlhaben mit 16% in Oberpahlen in katholischen Gebieten, wo man sehr genau darauf achtete, was gewissermaßen als Wahlempfehlung indirekt abgegeben hatte. Wir wissen alle, dass dann am 23. März 1933 auf eine formal legale verfassungsmäßige Weise das Ermächtigungsgesetz verabschiedet wird. Und nun kann sich Hindenburg zurückziehen. Hindenburg zieht sich zurück. Er lässt sozusagen die Befugnisse des Reichspräsidentenamtes ruhen. Er beobachtet Hitler, aber hat keinen Grund, er sieht aus seiner Sicht keinen Grund zu intervenieren. Die antijüdische Maßnahmen mutiert er nicht. Es gibt keine einzige Ausruf Hindenburg, die nur in einem färbtesten antisemitisch oder antijüdisch gedeutet werden kann. Hindenburg hatte keinerlei Anfälligkeiten für Antisemitismus. Es gibt Zeugnisse, dass er den Judenbeug am 1. April 1933 gestoppt hat, aber dafür gesorgt hat, dass er nur einen Tag lang werte. Aber die generelle Linie ist für ihn großer pathologischer Aufschwung, nationaler Weckung, dann braucht natürlich die Frage auf, ja, was ist denn mit den Deutschen, die verfolgt werden? Die Frage ist, hat er hinten mitbekommen? Ist er isoliert worden? Wollte er wegsehen? Wollte er weghören? Die Frage muss man sich stellen. Und da kommt uns wieder die Bayern zur Hilfe, denn der letzte demokratische Politiker, der Zugang zu Hindenburg hatte, war ein Bayer, mich der Vorsitzende der Bayerischen Volkspartei, also der Partei, dafür sorgt, dass es Hindenburg 1925 überhaupt 30% wurde, der Hindenburg mochte Bayern, hat seinen Urlaub in die Transzell verbracht, um dort Gämsen zu jagen, und dieser Fritz Schäffer das ist nämlich die erste Finanzminister der Adenhofer von 2047, Fritz Schäffer ist der letzte demokratische Politiker, der am 17. Februar 1933 offiziell von Hindenburg empfangen wird, und was sagt Fritz Schäffer? Was macht er? Tritt er ein dafür, Herr Reif-Präsident, katholische Beamte im ganz deutschen Reich werden entfernt, bitte sorgen Sie dafür, dass diese Personen, die nichts anderes getan haben als ihre Pflicht, schützen Sie die Nein, er zitiert einmal aus dem offiziellen Protokoll, das Schäffer über die Besprechung angefertigt hat, wir, also er spricht nur für den katholizismus, würden uns dagegen verwehren, dass man Millionen Deutscher als nicht national bezeichnet. Was sind das? Die Sozialisten, niemand damit, seien auch im Schützengraben gestanden und würden wieder im Schützengraben stehen. Das heißt, die Sozialdemokratie hat 1914 ihre patriotische Pflicht erfüllt und wurde es auch wieder tun. Warum lassen Sie es zu, dass Sozialdemokraten als verfolgt werden, das politisch vorbefragt wird? Sie hätten auch unter dem Paolo Lindberg gewählt, das sind die, die ein Jahr vorher sie noch belegt haben. Ich kenne viele Sozialisten, die Verdienstung in Deutschland erborgen haben, ich erinnere nur an den Namen Ebert aus der Sozialdemokratie stammenden Vorgänger in Hamburgs in Schweiz. Also ich kann erkennen, dass es hier und da nicht an solchen Stimmen gefehlt hat. Lindberg reagiert nicht. Er interveniert nicht und als dann im Juni 1933 auch die Konservativen gelegentlich unter den Attacken und Gewaltausbrüchen leiden und sich dann Hilfe suchen an der mitstellerischen Hindenburg wenden, geschieht auch nichts. Hindenburg sieht keinen Anlass zur Intervention und ich möchte das an den politischen Lebensweg in Hindenburg beschließen mit dem Dokument, das er selbst hinterlassen hat. Woran erkennt man Herrscher? Herrscher erkennt man in der Geschichte darin das politisches testament er passt. Das haben die hat. Das